Notarin Rita Kleindienst ist Ihre moderne Dienstleisterin in allen notariellen Angelegenheiten. Sie werden von ihr individuell beraten, ganz gleich ob es sich um den Verkauf von Immobilien, die Errichtung eines Testaments oder Erbvertrages, die Erteilung einer General- und Vorsorgevollmacht mit Patientenverfügung, die Vereinbarung eines Ehevertrages oder die Errichtung von Personen oder Kapitalgesellschaften handelt. Das Team des Notariats steht Ihnen gern zur Verfügung. Rufen Sie zur Vereinbarung eines Termins an. Die Errichtung des Notariats